Die Firma Euroglas ist natürlich auch auf der Glastech. Das soll auch so sein, denn sie haben was ganz Besonderes mitgebracht. Was ist denn genau, Frau Keulberg? Genau, wir präsentieren unser Dreifach-Silber, und zwar das Silverstar Super Select 6027. Das haben wir in verschiedenen Formen mitgebracht, einmal so als VSG, dann auch als temperbare Version. Und eben auch, das Glas ist auch biegbar, das zeigen wir hier. Das hat eine exzellente Selektivität von 2,2 und ja, das ist ein sehr hochwertiges Produkt. Und wie ist es zu der Entwicklung von diesem Produkt gekommen? Ist das aus Gesprächen, die bei der letzten Glastech stattgefunden haben, oder wie kommt das dazu? Das haben die Anforderungen von Markt praktisch. Unsere Kunden haben das gewünscht, so, und auch entsprechend von der Farbe her. Und ja, auch eben, dass das in verschiedenen Formen verfügbar sein sollte. Ja, das waren die Kundenanforderungen. Wie schätzen Sie die Entwicklung des Marktes ein? Also auch rückblickend von der letzten Glastech bis jetzt und dann in die Zukunft blickend? Wir sehen da eine positive Entwicklung. Glas ist Trend, auf jeden Fall, und wird es auch in Zukunft sein. Warum ist es denn wichtig, hier auf der Glastech zu sein? Die Glastech ist für uns die Leitmesse. Das ist die einzige Messe, wo sich Euroglas präsentiert. Hier treffen wir unsere Kunden. Wir sind ja auch schon seit über 20 Jahren am Markt und treffen hier wirklich. Hier ist der Treffpunkt der Branche und das merken wir auch und das ist unsere Highlight-Messe. Würden Sie die Qualität der Kunden einschätzen, die hier auf der Glastech sind? Hier sind wirklich alle Kunden. Also unsere Premium-Kunden kommen hier her. Die Haupttage sind wirklich Mittwoch und Donnerstag. Heute der Dienstag ist noch ein bisschen verhalten, aber ansonsten, hier kommen alle Großen der Branche her. Dann vielen herzlichen Dank und eine gute Zeit auf jeden Fall noch hier auf der Glastech. Dankeschön.